Guten Morgen zusammen. Was steht auf der Agenda? Um Viertel vor Acht verdrehe ich die Augen, wenn du mir mal wieder Kleidervorschriften machst. Hervorragend. Jim? Sie warten ungeduldig von sieben bis neun auf mich, aber tatsächlich komme ich erst gegen zehn. Dann komme ich zu spät zur Arbeit. Korrekt. Gut, Joe. Zwölf Uhr fallen alle Fahrstühle aus und Sie müssen aus dem 18. Stock zu Fuß nach unten. In High Heels? Na klar. Toll. Frau Oberstudienrätin? Ich rufe Sie an, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Sohn eine kleine Prügelei auf dem Schulhof hatte. Fantastisch. Gut, dass ich meinen Orangensaft habe. Der Tag kann kommen mit 100% natürlichem Florida-Orangensaft. Korrekt.